Hallo meine Freunde, hallo wieder mit Lennart's Play-Mighty-Switch für das Hyperdrive Edition. Wir waren stehen geblieben bei Fall 12. Vor zwei Tagen habe ich das letzte Mal gezockt. Mal gucken, wie ich mich einstelle. Da war der Switch, da war springen, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Dumm. I'm a genius. Look at me, I'm a genius. Hopp, hopp. Warum schieße ich auch aufs Reaktion? Pure Gewohnheit. Äh... Okay. So. Komm her. Und hopp. Und du. Und Hundi. Da komm her. Bis wie ich. Ähm... So. 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 Deine Stimme geht es inzwischen auch wieder besser. Ich habe wieder den Umweg genommen, aber egal. Hopp. Allerdings muss man sich bei dem Spiel ein bisschen sehr konzentrieren. Wie man vielleicht merkt. Äh... Äh... Daran abgesehen habt ihr noch eine Folge davon gesehen. Warum habe ich jetzt gewechselt? Ich weiß es nicht. Warum habe ich wieder gewechselt? Weil ich auf den Knopf gekommen bin und weil ich da gerade runter gefallen bin. Äh... Äh... Dumm. Platforming. Befarsch. Vor allem wenn es auf Zeit geht. Heilung. Danke. So. Und Dichter habe ich nicht vergessen. So. Dann haben wir das. Das war clever. Ähm... Das mache ich jetzt mit Ruhe. Na komm. Dichter möchte ich nämlich loswerden. Danke. Kann ich nämlich hier holen und dass ich da zwingend Schaden nehmen muss. Moment. Du bist mal weg. So. Ich hätte wechseln sollen. Verdammt. Na komm. So. Ich hätte gedacht das war zu kurz gewesen. Äh... Ich musste links glaube ich. Lange und zu kurz springen. Yay. Ich bin begeistert. I'm totally begeistert of this game. Nee, ich bin für das Spiel echt begeistert. Ich bin für das Spiel echt begeistert. So. So ist es jetzt nicht. Und ich sterbe noch nicht mal 4 Minuten Aufnahme. Hm. Ich bin echt gut in dem Spiel. Und wieder los. Hopp. 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 So. So. Hier kurz warten. Diesmal vielleicht dabei springen. Und dann geht das hier auch schon sehr viel einfacher. Wow. Man kann den ersten Abschnitt tatsächlich ohne Probleme schaffen. Dankeschön. Hops. 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 Und Hops. So. Ah. Das läuft doch schon ganz gut. Hops. 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 Das war knapp. Hopp. Hopp. Hier. Ich habe schon alles erwischt. Ist ja schön. Was das mal da aus ist. Hops. Hol'n dich. Und laufen weiter. So. Jetzt habe ich ehrlich gesagt genug das hier durch kann. Das war dumm. Dann kann ich ja noch durchlaufen. Und hopp. Und hopp. Ja. Sollte auch wechseln ne. So. Geh. Hopp. 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 Dann machen wir dich. Ah ja. Hier stimmt. Hier war ja was. Warum ich das das letzte Mal nicht ganz geschafft habe. Genau dieser Sprung. Dumm. Muss springen. Muss springen. Wechseln. Rüberziehen. Und nochmal wechseln. Wow. Das wird lustig. Ich habe das Gefühl, dass es nicht der letzte Sprung dieser Art sein wird. Ich habe die Sprungtaste nochmal gedrückt. Ich habe die Sprungtaste nicht gedrückt. Ich sehe gerade, dass ich mein Sound etwas sehr lauter habe. Ich muss ganz klein bisschen runter drehen. So ungefähr. Ich habe mich lauter, weil meine Uhr gerade mit aufgezeichnet worden ist. Hier an der Wand hängt. Ich habe das Ticken der Uhr in meiner Tonspur gesehen. Das ist vielleicht dann ein bisschen sehr heftig laut. So. Komm. Ähm. Topf. So. Das. So. Hopp. 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 Ich meine, der Anfang geht ja inzwischen ziemlich zu durch, obwohl man ihn wahrscheinlich auch irgendwie abkürzen kann. Hopp. 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 Ich meine ja, ich habe eine Minute 30 und habe jetzt schon Zeit verschwendet. Hopp. 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 schafft es nur zum ende kommen ja es war zu früh verflucht seist du ich habe keine checkpoint ich habe den checkpoint übersprungen okay ich hatte den checkpoint übersprungen aber dadurch habe ich wieder heilung gebracht und noch einen versuch mehr wie wir auch denn noch das war zu spät da war das auch leck mich doch spiel leck mich es ist so verdammt knapp und wie ich auch immer genauso sterbe da ich am anfang kann ich kein switch machen muss es ist unglaublich und dankeschön da rechts geht es weiter wut ok jay fall 13 auf gehts hm Stopp in the name of the law! Hm? Mach da mal bitte kaputt. Natürlich. Ähm. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Hm? Achso. Genau. Danke. Vielleicht kann ich mal... Jetzt! Ah, ich hoffe immer das reicht da hinten. So. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Ich muss sogar hier runter. Ähm. Ist irgendwo hier drin. Da ist sie. Danke. Das reicht. Da komm ich rein. Wo ist die nächste? Ähm. Okay. Gut. Ich bin an der Kante hängen geblieben. Hm. Wo war das denn jetzt? Hier unten. Hier unten irgendwo. Dort. Dort. Hier hat's ihn halt auch angestanden. Okay. Gut. Die Erteilung für mich. Na komm. Jetzt. Und hoch. Okay. Ähm. Ja. Jetzt! Wie viel Zeit hatte man für das Level? 1,40? Entwickler, ihr habt einen an der Waffe. Wow. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Stacheln. Wo kommt die eine denn her? Wo kommt die eine denn her? Die Fug. Ey. Hey. Mach mal so gucken. Da kann ich mich auch bremsen. Ja. Kann ich. Hier stehen bleibt. Und dann die hier mal sammeln. Was zur Hölle? Ähm. Muss ich hier unten lang. Na komm. Hoch. Und hier rein. Natürlich. Wow. Das ist ein echt interessantes Level. Ich sollte die von oben nach unten abfeiern. Nochmal Fall 13. Irgendwie gehen mir die Mädels ja schon so ein bisschen auf den Sack. Um rechts. Wie komm ich denn da hin? Ähm. Achso. So komm her. Das ist die Letzte. Okay. Komm her. Oh, komm. Welches. Aber müß. Komm her runter. So. Na komm. Geht mal auch da rein. Geht nicht. Das war dumm. Ja, super. Natürlich fällst du so, dass du auf mich fällst. Warum denn auch nicht? Komm her. Ja. Puh. Die Level sind nicht gerade einfach und ich stelle mich an wie der letzte Fodidiohut. Wow. Ja, ich habe schon verstanden. Geil. Muss man immer ein bisschen da rüber gehen. So. Wow. So, mit dich. Du musst mir mal den Weg frei. Hey, jetzt bin ich fast in die Stacheln reingelaufen. Das wäre nicht so gut gekommen. Dumm. 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 Na komm. Falsch Richtung. So, Dankeschön. Kann ich gleich einsammeln. Lass mal die hier oben. Ach. Na komm. Haben wir dies. Dann holen wir uns die. Gehen wir hoch. Jetzt kommt das Spielchen da drüben. Na komm. Na komm. Ich muss hier alles freisprengen. Dann holen wir erstmal die. Und das. Bullshit. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, schafft man den Sprung aber scheinbar ja schon. Okay, das ist easy. Okay. Natürlich. Hier Drecksäcke. Da kommt man natürlich nicht drüber. Okay. Wow. 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 Was für ein Akt. Slime. Yay. Zwei Minuten nach 52. Geht sogar noch, glaube ich. Hm. Ich sehe es nicht gerade einfach. Wow. Drei Level. Yay. Was bebt das hier so? Okay. Moment. Ich muss das so haben. Und der Seite. Dass ich das so. Dass ich das so habe. Und der Seite genauso. So. Wo komme ich nicht? Also. Runter. Und da ist ein Checkpoint. Ähm. Ich kann ja wechseln. Okay. Ne. Halt einen Moment. Ich muss. So. So. Jetzt hier. Da drum ist. Leben. Das auch Leben. Komm. Geht es. Ah Pixel. Genau. Dann war ich hier. Achso. Dann würde ich von oben kommen. Ich habe mich gerade ein bisschen hingebackt. Ich glaube. So sollte man nicht hier hinkommen. Ähm. Bin ich wieder oben. Nicht einsammeln. Dumm. Bullshit. Äh. He he. Das ist ja witzig. Haben sich Entwicklerweise lustig so ausgedacht. He he he. Das ist komisch. Gott. Wow. Wo bin ich? Wo zum Geier bin ich? Ähm. Ähm. Nummer eins. Äh. Konnte ich jetzt landen. Wie komme ich? Wie komme ich hier wieder weg? Ach da drüben drüber. Ich frage einfach nicht wie hier jetzt drauf steht. Checkpoint. Ähm. Ah halt. Da hätte ich reinschießen müssen. Verdammt. Wo? Oh. So knapp. Stich. Komme ich ja nicht hier da unten dran. Äh. So. Okay. Äh. Dann haben wir uns die kleinen da oben noch und dann sind wir hier schon. Netterweise fass du ich. Äh. Wie komme ich an dich? Ähm. Moment. Ich muss beide. Ich muss alle so haben, dass ich durchsichtig hab. Äh. Ich muss mich irgendwo auf einen blauen stellen und dann hier hochkommen können. Ähm. War ich da? Hey. Moment. Äh. Ich. Wie auch immer ich das jetzt gemacht hab, ich hab keine Ahnung. Die muss genau umgekehrt haben. Das hab ich. Okay. Hops. Warum kann mir der gigantische Roboter nicht eigentlich helfen? Oh. Und das waren jetzt über vier Minuten? What the fuck? Äh. Das kam mir jetzt irgendwie nicht vor wie vier Minuten. Okay. Das war aber interessant. Das ist so ein interessantes Spielschirm. Und das war immer noch mal. Okay. Ich hab dich über den meisten. Aber ich kann mich weiter. Und das war ja. Ich weiß nicht.